So kannst du besser unerdeckt bleiben. Gern geschehen. Danke. Die ganze Nachtzeit! Schuhat! Zu deiner Linken ist Anfahrt! Du musst dir nur sagen, wo Barthof ist! Ich will seinen Stand und wo ist er? Du wirst es mir sagen! Kirche, Westseite! Gute Nacht! Guter Schuss! Wo ist das Labor? So. Ich hab die ganze Nachtzeit! Zur Kirche. Hadir könnte noch eine Geisel haben. Siehst du das? Kein Anzeichen von Hadir. Finde heraus, ob die Geisel Barthof verraten hat. Zweiter Stock. 451. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock. 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Bleiben immer noch vorsichtig. So. So. Sammeln wir uns! Geh zum Haus! Kann nicht sein dass alle nicht jetzt sind das glaube ich jetzt nicht Geht zum haupthaus Uff Ich muss nicht leiden Lass mich nicht so Bedeut mich Bedeut mich einfach Ich tue alles Ich tue nicht hier Ich tue nicht Jawoll Licht aus Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion Ab in den zweiten Stock sofort Ich arbeite daran Juhu Und wir haben den nächsten Erfolg Lass mich nicht erwischen Lass mich nicht erwischen Also ich finde es sehr gut Tschüss Hier kann man natürlich nicht reingehen Ach gut T구 Machen 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 Ich habe nichts gesehen. Sie sind hier zu erzählen. Okay, ich bin drin. Der gibt dich in den Barschdok. Du bist wachbar. Oh, Alter. Das war mein Fehler. Ich wusste nämlich nicht, dass er von hinten kam. Oh, jetzt. Warum kommt denn der immer nach hinten? Gut. Das nächste Mal pass ich besser auf. Geh in den zweiten Stock. Okay. Was haben wir hier? Ich bin die Begegnung, das sind die Begegnung. Ich bin die Begegnung. Ich bin die Begegnung. Oh, nein. Was ist jetzt mal so ein Tabbel hier? Ja Gott, Sacramento! jemand will uns sagen! Ich bin jetzt los! Sie sind los! Sie sind wir erfolgreich! Sie sehen? Sie sehen uns! Ja! Wer sind los? Sie sind los! Sie sehen? Sie sehen? Erzähl ich heraus. Der Schiff ist wirklich mittel. Mach ich nicht auf dem Weg. Was ist hier passiert? Zweiter Stock. Los. Ich bin ein Drittel. Mach ich nicht auf dem Weg. Thomas! Das wär mir geholfen! Wir geben dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen. Bin oben. Schön gucken. Öffne die Tür. Ich gebe dir Deku. 4-5-1. Wir brauchen sie. Er ist nicht hier. Beschützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Wartet, ich bin nicht euer Feind. Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemie-Fabrik? Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Unter! Ich kenne einen Ausweg. Die Tunnel im Norden. Ich habe dich im Auge gehabt. Ihr verarscht mich nicht. Die Tür klemmt. Kein. Die Tür klemmt. Weiter. Das war ein Stich ins Fespen, Estadir. Dafür will Barkov Köpfe vorn. Achtung! Wir müssen hier weg! Sofort! Schieß weiter auf die Russen. Hilf, Ken! Geh Bedeckung! Bist du verletzt? Acht, hilf! Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Ja. Katschen, Team Hoppe! An der Treppe! Der Ausgangstunnel ist im Norden. Weiter! Katschen, Team Hoppe! Katschen, Team Hoppe! Was ist denn so, Scheiße? Geht durch die Gebäude! Los! Da sind viele über uns! Wohin, ich wollte den Ehrling! Wo muss ich eigentlich hin? Die Ausgangstunnel sind unter anderem! Die Ausgangstunnel ist im Norden! Weiter! Der Ausgangstunnel ist im Norden! Weiter! Der Ausgangstunnel ist im Norden! Weiter! Ich sehe den Tunnel. Raketen im Anflug. Verschlossen. Reiss, ich brauche etwas, um sie zu öffnen. Nimm den hier. Geöffnet, gehen wir. Raketen im Anflug. Sammel dich. Mir ging es nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Für dich gibt es kein Zurück, Hadir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Wir hoffen darauf. Geh! Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne. Das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate an 06, verbündetes Flugzeug 40 von Süden auf 1 8 0, Hofnabe, Roger 1. Roger. Das ist Laswell. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos. Behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch. Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Halt. Bei dir für sich. Den Vorsitzenden meiner. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich halte die Augen offen. Pfarrer! Reden wir! Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir. Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund. Und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier, in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nikolai ist bereits drin. Ergibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Pharaa und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkässe. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Flut, Führerweite der Brücke. Feuer frei. Versteuert die Tiermannschaft auf den Schaum. Wir haben die Anklubskontrolle 3-1. Lufteinheiten turn on. Versteht dich. Gut gemacht, Kate. Sie haben die Kontrolle 3-1. Schiebt clever. Watch her. Direkt fort. Aufruf. Wir sind auf 4-7. Direkt 3-1. Feuer frei. Eko-Jekweiß bereit für Befehle. Sie haben 2 erwähnt. Füßen auf den Kran. Freitlicher Heerweberanflug. In Deckung. Wir haben die 3-Fighter ausgekalkt. Juhu! 3-1 von Jaguars zurück im Einsatzgebiet. Wir haben die 3-5-4-3-8. Wir haben die 4-7. Wir haben den Kran. Wir haben die 4-7. Geht bis direkt ab. Wir haben die 3-5-4-3-5-5-3-4-5-5-4-7-4-5-5-5-1. 사실 Heerweberanflug. Das sind die 3-7. Die 3-7. Die 3-8-6. Die 4-7. Die 3-7. Die 3-7. Die 3-7. Sie haben die 4-7. Die 3-7. Die 3-8-7. Die 3-8. Eko und Jeku 1 bereit für Befehle. Das muss weg. War keiner? Alle mal los! Das ist mit Feuer! Gettet nach oben!